Was zum fucking Geier war das jetzt? Und da kommt er wieder an. Pass auf. Ei? Hier, schieß den mal ins Ei. Ich hab die Schnauze voll. Ja, so haben wir doch noch hier ein bisschen Spaß. Wenn auch mit der Bugging KI hier. Mit dem ganzen Quatsch. Achtung! Weiche! Ja, mach mal! Äh, äh, äh. Äh. What ist hier die Meta, Digga? Ich mach das schon. Was auch, kommt gleich wieder zurück. Äh, Ardo. Ja. Ardo, kümmer du dich mal um das Kackviech. Für den Kaiser! Äh, das hat rote Augen. Lecker rote Augen. Weißer Wolf. Oh, das ist ein besonderer. Aber der geht genauso down wie alle anderen. Questgegenstand, Jagdruhe, äh, Wolf erhalten. Okay. Äh, ich sehe hier hinten allerdings auch noch Riesenhülschkäfer und Schlöter. Die werde ich mir natürlich auch noch holen. Wenn sie schon hier sind. Wird gemacht. Nö, jetzt sind sie nicht mehr auf der Karte, deswegen gilt das nicht mehr. So, hier müsste noch einer rumliegen. Noch ein Wolfi. Irgendwo müsste hier noch ein Wolfi rumliegen. Wolfi, Wolfi. Da, genau, der. Aber sicher. Ach ja. So, das dürfte dann auch die Questreihe gewesen sein. Deswegen seien wir glücklich und froh darüber, ob dieses Ereignis ist. Nehmen wir die Steinbrücke. Lassen wir uns zu Ennu transportieren. Was ist euer Begehr? Äh, hier ein weiteres Exemplar für eure Sammlung. Nun, meine Sammlung kann man es wohl nicht nennen. Schließlich würde ich mich mit Trophäenbrüsten, die andere für mich erjagt haben. Ein wahrlich deprimierender Gedanke. Hier, eure Belohnung. Das ist gut gesagt, Bruder. Das ist gut gesagt. Das ist genau meine Sichtweise. Was bedeutet dieses TBD auf seinem, äh, To Bored to Death? Also TBTD. To Bored to Death. Also er ist zu gelangweilt. Er ist zu Tode gelangweilt, ja. Oder Bored to Death. Ja, ja. Okay, äh, entschuldigt die Störung. So, ist die Questreihe jetzt zu Ende? Ja. Und Kopfgeldjagd ist deswegen nicht zu Ende, weil wir kein gefälschtes Emblem haben. Aber das sagt ja auch kein Schwein. Ne? So, äh, äh, die Wasserpumpe, warum die noch offen ist, äh, fragt mich nicht, ne? Denn, äh, wir kommen nicht mehr in diese Mine. Auch wieder so eine tolle Sache von, äh, Radon Labs, dass sie das unmöglich gemacht haben. Äh, äh, also, ich hätte sie dann in die misslungenen Questen. Hier, Verhandlung. Ich habe keine friedliche Einigung zwischen Elfen und Piraten erzielt. Das finde ich auch seltsam, weil ich habe es immerhin auf die Reihe gekriegt, ähm, Unfrieden zu stiften und dadurch die Piraten wegzubringen. Also das ist ja die Alternativqueste gewesen. Ja, Radon Labs, also irgendwo. Das ist nicht in Ordnung, was ihr da gemacht habt. So, aber jetzt sind wir mit der Quest hier auch durch. Never again ins, ähm, Jagdrevier, um Pflanzen zu pflücken. Es sei denn, wir brauchen noch welche. Ähm, wir fahren noch mal. Doch, ich rede Spaß gar nicht für euch. Ja, ja, du bist so viel, Talaria. Ähm, Elfenwald. Ach, ich wollte ja noch zum Elfenwald. Aus einem bestimmten Grund. Hammelberg müssen wir nicht mehr hin. Obwohl, möchte ich noch mal zur Elfe und schauen, ob die irgendwelche Alchemie-Geschichten nachzuliefern hat. Wir können das noch mal machen. Das ist ja kein großer Aufwand. Auf jeden Fall jetzt noch mal in den Elfenwald. Und da könnte ich jetzt auch noch mal alle Pflanzen abpflücken. Ein paar Tiere töten können wir da auch noch. Hm, diesmal ist der Chai-Tee nicht so scharf wie sonst. Ich habe ihn nicht lange noch ziehen lassen, aber es ist auch gut so für meinen Magen. So. Alles gut. Was gibt es denn? Äh, komm mit. Äh, Boller-Ofen. Äh, nein, Stiesel, du kommst nicht mit. Ich will mich an Ardo gewöhnen. So. Wie kann ich dir helfen? Und ich weiß ja zwar nicht, wie sich jetzt Ardo im, äh, im vollen Kampf gegen, äh, wirkliche Gegner verhält, aber so bisher jetzt schon, ne? Finde ich schon. Hat er nicht unbedingt gezeigt, dass er gleich wieder umfällt. Ich möchte in diesen Wald, wo der Strom der Klarheit war, und, äh, hier, ach, wir müssen wieder zurück. Ich brauch den Stiesel doch noch mal. Denn das, was ich machen will, funktioniert nur mit dem Stiesel vernünftig. Äh, entlasse ich Ardo mal kurz. Was gibt es denn? Es soll mir recht sein. Er macht wenigstens keinen Aufstand, wenn man ihn, äh, zurücklässt. Also, das finde ich ganz gut. Die NPCs machen sowieso weniger Aufstand, wenn man sie, äh, zurücklässt, wie in Drakensank, dem ersten Teil. Als in Drakensank, dem ersten Teil. So. Äh, wie viel haben wir? 46 Minuten. Dies geht sich aus. Äh, ja. Zum Wald. So. Und hier, ja, kann man Taschendiebstahl an dem, ähm, Dings da, an dem, äh, Waldschrat begehen. Und Herr Kittenkurm, der sagte, da würde was Lustiges passieren. Das wollen wir doch mal sehen. Ulmenholz und eine Ballade. Ach du Scheiße, muss ich jetzt wieder stundenlang vorlesen. Ach, sei es drum. Eine Ballade. Ballade vom Baumbeklauer. Es lebte ein Könner von Fechsens Gunst. Beherrschte die unglaubliche Kunst, einem jedem Menschen, Zwergen und Elfen, bei der Erleichterung seiner Taschen zu helfen. Doch acht wie öde ist es doch, wenn selbst die schwierigste Aufgabe noch, mit links und ohne großes Ringen, muss stets spielerisch gelingen. So sei es nun nicht mehr seine Künste Ziel, der Menschen, Zwergen, Elfen viel, sondern viel mehr Ast und Rinde, auf das er neue Schätze finde. Doch seiner flinken Fingerlohn sprach seiner hohen Mühe nun. Denn unter harten Borken und Rinden ist doch nichts als Holz zu finden. Das ist aber ganz nett, ist aber ganz nett, ist aber ganz nett. Kann man das verkaufen? Ja, werden wir es später sehen. Crafting Zeugs. Ach ja, das wollte ich auch noch weggeben, weil das... Er soll nichts mehr haben, wenn... Na ja, vielleicht kommt er ja noch mal mit irgendwo. Äh, warte mal, was sind das? Trollkröten. Nein. Nein. Nein und nochmals nein. Ihr werdet es nicht glauben. Ich habe keinen Bock drauf, sonst könnten wir gleich noch mal hergehen und hinten im Sumpf die ganzen Viecher wegbatzen. Äh, Captain Dirac. Das geht doch, ich rede. Was kann ich für euch tun? Äh, macht die Salaria bereits ab. Äh, zur Zellfestetour. Ich kann mir zwar kaum vorstellen, dass es dort noch irgendwas auszubilden gibt für Ado, aber... Mal sehen, Nase juckt schon wieder. So. Ah, Rülps und Schlürf und Hub und Rülps. Ähm, Ado, komm mit. Was gibt es denn? Komm mit. Wir nehmen nochmal alle mit, die auf die Endreise mitkommen. Die Haufen. Alle, die mit uns auf Kaperfahrt fahren müssen, Männer mit Pärchen sein. Kennt das jemand von euch? Jan und Klaas und Pits und Hein, glaube ich. Die haben Bärte, die haben Bärte. Nee, oder Pits. Äh, die kommen mit. Ja, nee, ich kenne den Text nicht mehr so ganz gut. Ich kann mich noch dran erinnern. Das war... Ähm... Tja. Zu meiner Jugendzeit, da war ich mal bei solchen Leuten, die in den Wald mit Zelten gegangen sind und komische Gewänder trugen. Und Halstücher trugen und sich Abzeichen verdienten. Ja, in der Tat. Seid gegrüßt. Äh, Kopfgeld. Es geht um die Aktivität. Also... Das silberne Emblem bekommt ihr fünf... Ähm... Nee, eigentlich wollte ich ja. Nach hier oben. Da wird jetzt wieder gebrüllt wie verrückt. Was sehe ich denn da, Korporal? Aus eiserem Kreuz. Bronndraht zum Gruße. Leere. Äh, lass uns doch mal sehen, ob wir dem Ardo irgendetwas beibringen lassen können. Aber wahrscheinlich fehlt ihm dafür. Naja, Steigerungspunkte, Steigerungspunkte, Steigerungspunkte. Aber vielleicht nach der, ähm, nach der Beendigung der Hauptqueste. Soll ich mal Feierriss Zweihandschwerter beibringen? Apropos Zweihandschwerter. Ich hätte ja gerne noch dieses Schwert für Ardo. Dieses eine. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. So, er wahrscheinlich auch nicht. Wir fahren hier ganz umsonst die ganze Zeit durch die Gegend. Ja, weißt du auch, ne? Ja. Nö, und er wahrscheinlich überhaupt nicht. Runk, Zweihandhiebwaffen? Nee, 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 alles Quatsch. Nein, nichts erlernen. Ähm, ja. Äh, sind wir umsonst einmal um die Welt gefahren. Aber wir haben auch das Wunderbare Gedicht. Danke, Herr Kittenkurmler, für diesen wunderbaren Hinweis. Das war mal wieder Herr Kuttenkirmler. Herr Kuttenkirmes. Ja, ja. Ja, ich weiß ja inzwischen, was denn, wie der Name Herr Kittenkurmler zustande kam. Und ich finde es sehr, sehr fein. Ja, ja, ja. Ja, ja. Soll nicht jeder wissen. Es sei denn, der Herr Kittenkurmler will es jedem erzählen. Gut, meine Guten. Dann ist es endgültig soweit. Wir craften nochmal eine ganze Menge. Wir haben ja alle unsere Charaktere dabei, die gewisse Talente besitzen. Und wir fangen mit Alchemie an, natürlich. Der Honk, ne? Ähm, Heilsalbe. Ein einfaches Rezept. Blablabla, blablabla. Ja, ja. Mhm, mhm, ja. Okay, nee. Aber können wir natürlich verkaufen, ne? Okay. Dass ich die Dämonenrüstung nicht kriegen kann, finde ich schlimm. So, Drachenblut. Drachenblut. Können wir alles vergessen. Großer Ausdauertrank braucht auch Drachenblut. Ähm. Ähm. Ähm, 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 ähm. So. Ausdauertrank. Alkohol, Finage, Giftzahn. Und Ziedestillat. Alkohol, Finage, Giftzahn, Ziedestillat. Okay, holen wir mal. Ja, jetzt geht das Craften los. Noch für sieben Minuten. Finage. Ähm. Weißt du, was uns fehlt? Höchstwahrscheinlich. Ihr werdet es ahnen. Alkohol. Auch so eine Sache. Ähm. Kannst dir nicht ausdenken, dass der Scheiß so selten ist. So, ähm, gut, können wir das also doch mal vergessen, den Ausdauertrank zu machen. Äh, und alle anderen Tränke werden wahrscheinlich das gleiche Schicksal haben. Äh, ja. Äh, äh, Heiltrank. Alkohol. Alkohol. Äh, Zaubertrank. Alkohol. Ähm, Einbeerensaft. Brauchen wir eigentlich nur Quellwasser. Okay. Einbeerensafte können wir immer gebrauchen. Okay, dann gib ihm. So, also Quellwasser und Einbeeren, falls wir hier noch welche drinne haben. Wir werden garantiert noch welche drinne haben. Zwie der Stilat haben wir auch noch, falls es irgendwie gebraucht wird. Quellwasser. Da haben wir Quellwasser. Wir haben sogar noch mehr Quellwasser. Ich nehm's mal raus. Und wär schön, wenn wir jetzt noch ein paar Einbeeren hier drinne hätten. Ah, Einbeere. Eine. Haha, toll. Deswegen heißt es ja auch Einbeere, ne? So, dann. Auf, wie geht's? Machen wir Einbeerensafte. Können wir neun Stück machen. Super. Wenigstens etwas. So, dann. Ähm. Passant gegen Erschöpfung. Ausdaueregeneration. Plus eins. Dauer 30 Sekunden. Diamantstaub. Giftzahn. Sweet Destillat. Haben wir noch Sweet Destillat? Äh. Gullmond Tees. Ja. Äh. Da machen wir welche von. Und wenn wir zu viele haben, verkaufen wir sie. 16 mal 5 Ruhlmond Tees. Na, das ist ne Menge. Ähm. Mit den Dingern weiß ich immer nicht so viel anfangen. Aber hier, guck mal, Drachenblut schon wieder. Äh. Ja, also wenn ich wüsste, wie sich Körperkraft auswirkt, ähm, also auf Angriffsschaden und so weiter und so fort. Aber das wird ja ja nicht gesagt. Man könnte es natürlich nochmal in den Statistiken nachgucken, ne? Aber ich will hier nicht die ganze Zeit rumrödeln. Ähm. Brandkugeln. Achso. Okay. Gegner fängt Feuer. Ja, brauchen wir Alkohol für. Ähm. Was mich noch interessiert, das ist, ähm. 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 Brandsalbe. Genau, das interessiert mich. Da brauchen wir noch Kohle für. Weil Brandsalbe weiß man nie. Nachher kriegen wir das da in den Kämpfen. Und ich weiß nicht, wie das nochmal war. Mit brennenden Dingen zu tun. Und dann ist ne Brandsalbe einfach klasse. Also gucken wir, ob wir noch Kohle haben. Müssten wir eigentlich. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Noch mehr Kohle. Äh. Ähm. Habe ich jetzt Kohle übersehen irgendwo? Wüsste ich nicht. Bloß nicht alles ablegen oder alles nehmen. Gut. Dann bauen wir mal Brandsalbe. Neunmal nur. Neunmal fünf Brandsalbe. Das ist schön. Äh. Wir brauchen Salbenfett. Ja, wenn wir noch mehr wollen. Brauchen wir Salbenfett. Ich guck mal kurz im Momentar vom Honk, wie viel Brandsalbe wir da jetzt drin haben. 45. Okay. Das sieht aber gar nicht mal so übel aus. Ja, mit ein bisschen Salbenfett noch oben drauf kriegen wir das hin. Jo. Hm. Diese Billow-Pfeile hier, die will ich irgendwie verkaufen. Ähm. Ja. Speaking of Pfeile. Pfeiles. Ich mach das schon. Ähm. Schlingefalle brauchen wir nicht. Ich will. Äh. 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 Gänsefedern, Eibenholz. Ich kann mir das immer nicht alles auf einmal merken. Gänsefedern, Eibenholz und Holzleim. Gänsefedern, Eibenholz und Holzleim. Gut. Äh. Äh. Gänsefedern. 100 Mal. Noch mehr Gänsefedern. Äh. Äh. Rümenholz haben wir hier nur. Ulmenholz, Ulmenholz, Ulmenholz ist genug vorhanden. Aber Eibenholz scheint irgendwie. Holzleim haben wir. Nehme ich mal hier raus. Alter Schwede. Ja ne, kein Eibenholz. Müsste man kaufen. Wüsste ich jetzt aber nicht wo. Ähm. Bei Bogenbauern. Also bei Naia Ware, Naia Ware in, ähm, Nado Red. Ja, da könnte man das vielleicht. Ähm. Ja, äh. Gut. Was kosten andere Dinge? Ich mach das schon. So. Äh. Giftpfeile. Äh. Holzleim und Eibenholz. Äh. 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 Giftbolzen. Ebenfalls Eibenholz. Äh. Ach, das habt ihr schön gemacht. Ähm. Linwins Pfeile. Äh. Die waren tierisch teuer und könnten uns vielleicht einigermaßen helfen. Harpienfedern, Stein, Eiche und Pfeilspitzen. Harpienfeder, Stein, Eiche und Pfeilspitzen. Kriegen wir hin. Wird gemacht. Äh. Äh. Harpienquedern. Äh. Pfeilspitzen dürfte auch kein Problem sein. Und wo ist Stein, Eiche? Haben wir gar keine Stein, Eiche? Nö, wahrscheinlich nicht. Müssen wir wahrscheinlich auch dann kaufen. Also müssen nach Nardoret. Äh. Stein, Eiche und Eibenholz brauchen wir. Stein, Eiche. Äh, so. Äh. Nö, ansonsten. Ähm. Wir könnten noch Bögen bauen, die man verscheuern könnte. Äh. Anleitung Kurzbogen. Ulmenholz. Äh. Das könnte man. Gut, pass auf. Wahrscheinlich werde ich jetzt Dinge vertun, die ich brauche für die Pfeile später. Aber das ist mir jetzt sowas von Wurst. Ich will jetzt einfach nur mal was bauen. Ulmenholz. Ulmenholz hatten wir doch bis zum Abwinken hier. Und da, die Dinger können wir dann wenigstens verkaufen, ne? Aber noch mehr Ulmenholz. Lassen Sie sich sehen, Herr Ulmen. So, dann, äh, bauen wir mal Kurzbögen. Äh, Kurzbögen, Kurzbogen, Kurzbogen. Kurzbogen. Können wir 20 Stück von bauen? Holy Schizzle. Rezept anwenden. So, äh, verbesserter Kurzbogen. Eibenholz, verbesserte Seine. Eibenholz, schon wieder. Äh, lustig wäre es jetzt, wenn, äh, neue Ware, neue Ware, äh, äh, Eibenholz im 100er Stack hätte. Dann würde das gut funktionieren. Aber so, wie ich mir das vorstelle, wird das nichts. Ähm, könnte noch, ist noch Jagdpfeile bauen. Ja, zum Verscheuern. Wie viel kommen wir? 3 mal 50 Jagdpfeile. Herzlichen Glückwunsch. Äh, ach so, sie kann nichts mehr transportieren. Okay. Wisst ihr was? Wir fahren mal nach Nadoret. Was kann ich für euch tun? Ja, eine Stunde drei. Das ist ja toll. Genau wie letztes Mal fahren wir nach Nadoret und, äh, beenden, äh, diese Abteilung. Äh, und ich verabschiede mich bis übermorgen von euch. Mit einem Ciao mit Envy Nadoret. Äh, und schauen wir mal, wie lange diese Crafting-Sitzung noch geht. Ich bin langsam so ein bisschen genervt. Aber ich hätte, würde gerne uns das Schwert für Ado mir angucken. Ob dieses, äh, verzauberte Schwert. Es macht auf mich den Eindruck, als würde es einfach Game-Changing sein. Und, äh, ja, wollen wir mal sehen. Also, ich sage Ciao mit Envy Nadoret. Bis übermorgen. Und, äh, ja, wollen wir mal sehen. Bis übermorgen. Bis übermorgen. Kommfarbe. Vielen Dank.